Hallo und herzlich Willkommen zum Alpenflugtraining in Frankreich. Heute üben wir eine Landung mit ausgeschaltetem Triebwerk. Wie Spaß dabei! Hallo, ich fliege jetzt noch mal eine Runde mit Olivier. Olivier, willkommen an Bord. Danke, mein Freund. Dieser Kerl, Olivier, hat wahrscheinlich die meisten Stunden auf der VL3 überhaupt. Und ja, wir schauen mal was wir machen. Die Delta-Victor, die Maren, wir holen den Punkt. Punkt Array 32. So, was wir können? Nach dem, wir werden bis zu 7000 ft. Und wenn wir auf dieser Montagne, wir werden die Engines stoppen und kommen mit Gliding hier. Okay. Kannst du das mit der Scheibe oder nicht? Oh, das ist okay. Okay. Hotel Victor, Pointe Array, Fox 32. Gemini, 32 dur. Not zu warm? Let's check it. Oh, yeah, but... When we climb, we go... Yeah, normally, yes. It's too much, I know. But I am a lady for that. I am to be... To have hearts and... To be comforted. Victor Lema, Linie Montrum 2. The train is ready. The train is ready. Victor Lema, descollege. I am a few miles away. Was machst du, Oli? Ich mache einen kleinen Tour mit M. YouTube, die Kameras, eine kleine halbe Stunde und ich gehe. Und ihr könnt weiterentwickeln zu 3500 kmh. Und nach dem, wir gehen über diese Mountain, auf der Topf, und wir stoppen Engel und kommen durch Light. Du hast ein TICAS auf diesem Flugzeug? Nein. Du kannst den Traffekt sehen? Ah, ja. Okay. Und welche aplikation hast du für das? Skydeam, Air Traffic, Air Avionics. Du musst eine Netzwerke, du musst 4G bekommen. Nein, nein. Nein, nein. Oh, wirklich? Es bekommt ADS-B und Flam. Ich kann das in mein Stabil, auch. Ich zeige mir. Ich gebe dir einen Link in der Internet, von der Produkte. Ihr könnt. Aerobatik 1.5 km ahead. Du kannst jetzt nach 7000. Aerobatik 1.5 kmh. Kann ich ein wenigstens? Ja, natürlich. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich lasse meine Jacket. Ja. Du kannst auf dem Weg gehen. Und weiterentwickeln. Steig. Steig. Du hast ein schönes VL3. Oh, danke. Ich liebe das. Der Leiter hier. Ich werde vielleicht das in meinem VL3, auch. Mein neues. Ich warte meine neue. In April, ich werde es. Welchen? 9.15 kmh. Ja. Du auch? Wann? Im Februar. Haha. Shit. Das ist bereits verhandelt. Ja, ich auch. Oh, 7. Ja, es ist okay. Okay. Ja, bleib hier. Es ist okay. 6.5.1, es ist okay. Level off. Okay, direkt auf. Krass Das ist normal. Control in der Apotheke 7.5 kmh. Es ist normal, nicht normal. Wenn es Formes reduziert wird, York. Reduce speed. 200, das ist okay, ich denke. Ja, ja. Okay, du kannst es idle. Now, idle, okay. Reduce speed, 130. Okay, okay. Engine off. Ja. Ja. Okay, best speed for climb is 130, okay? Okay. Okay. And we go to shell without engine. Also, down. You can go more than 130. We are very high, so you can increase a little bit the descent. Now, if it is 150, it's not a problem. You can fly in in Hesse a little bit. Go a little bit to the direction of the lake of Chambéry there, yeah. No problem with the TMA. Yeah, yeah, no worry. Maybe, yes, we'll do just something. Yes, to here. From here, maybe. Maybe. Yeah, because I don't want to enter into the TMA, okay? Yeah. Go. Go. Follow the TMA Oh, it's so quiet Just need to be ready for start Okay Controlled airspace one kilometer ahead Little bit to the right Okay TMA Oil press, oil press But the VL3 is a good glider, huh? It is What is the TMA yet? Okay It's okay Okay, look at the airfield, it's there You can take the direction of the airfield Réparation point, 92% Five kilometers ahead And the VL3 is in the south in exercise, no motor Not too far No, it's okay Let me see, check the field Yes, probably Like this It's okay, yeah Now it's okay, the altitude is okay Okay? Yeah, perfect So, of course, we will put the gear down And the flaps when we are sure to 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 arrive in the airfield Because Very effective brakes You can reduce a little bit the speed And Because at 1.30, it's around 600 feet per minute Look, the airfield is there Oh yeah, okay Very good Very good You fly very well Oh, thank you Okay, right turn And you can make a 360 now And you can make a 360 now And you can make a 360 now The starter, if you can send the Bertaniere Eh bien, the starter va t'envoyer la Bertaniere Tu le veux comment? Avec de l'élan, s'il te plaît Eh bien, pas de problème Il y a quelqu'un qui arrive Merci beaucoup Increase a little bit Don't descend too much That is perfect Check your field sometimes No Okay I speak with him, no problem Left turn What is the Savanna? No No, it's the Robin or Yeah, it's And when you are sure to Go to the trichel of the runway You can put the gear down So I think it's time now Gear down Not yet the flaps Wait, the gear And flaps one first Yep Waiting, waiting, waiting Continue approach Glider winch launching Three green Yes Fully fired, just in case And ready Perfect Check Flaps two Flaps two Glider left Ten o'clock One kilometer Nine hundred feet below No You land before with the stop engine No So the difference is Your plane will be a little bit more heavy To the nose Okay? It's only that More heavy in the nose To the nose Okay? Or third You can put flaps three Maximum one three One hundred thirteen Kilometers per hour Okay? Gear is down Perfect Full flaps Glider ahead But here I put Only different, it's more heavy Traffic Alpha 67 Victor Vertical Two minutes Trampier On début d'intégration Pour l'avant-derrière-main-gauche 32 Tu peux prendre directement à gauche Il n'y a pas de câble Stop, Bertagnard Victor, venez, mapping, se dégage C'est sûr ? Oh, pardon Celui qui est au milieu, à gauche Okay I'm mapping Thank you Thank you You fly very well We fly very well Good Precision, I like that So, das war's für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Hoffentlich bis zum nächsten Mal Macht's gut Bis bald Ciao, ciao Ciao Ciao